Hallo und Willkommen zurück zu Freedom Fighters. Da ich in der letzten Folge ziemlich abgekackt habe beim Hafen, werden wir das jetzt nachholen und wir starten einfach mal. Und sind zurück in der Rebellenbasis zusammen mit Angelina und Baxter. Und gehen jetzt gleich weiter zum Hafen. Ich muss den Hafen jetzt unbedingt schaffen, aber sonst habe ich richtig mese Laune. Und wir reden uns nicht mehr, Junge. Aber klar, los, wir werden ihren Hintergrund auszuschalten. Du kannst euch eins der alten Gebäude dahin kommen. Alles klar, cool, danke, Junge. Heute nehme ich mir mal den da noch mehr und... Dichter. In Ordnung, ich bin dabei. Alles klar, dann kommt mal mit, Leute. Wir gehen jetzt erst mal nach der Hinten und versuchen, wie in der letzten Folge auch, den Helikopter zu töten. Beziehungsweise sie Luft zu jagen. Dann würde ich sagen, dass man ein Verteidige diese Stellung hier. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir die eigentlich gepullt, dachte ich. Hey, Trottel, ich bin hier. Ja, ganz genau, jetzt kannst du kommen. Die versuchen es ja gar nicht. Ich schmeiße mal Granate in die Richtung, ne? Ich schmeiße mal wieder mit Granaten. Einfach aus Prinzip, weil, wisst ihr, wie ich mein? Ja, das war ein mieser Sprung. Ich gebe es zu, aber ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Ich bin hier, ich bin hier. manchmal nerven wir legen es erst mal unsere C4 und schwingen wir aus dem Gebiet und beobachten wieder den Helikopter mit durchkämmt die Gegend ich sollte mich heilen wie schlecht nicht mehr hier oben lang ich erinnere mich noch gut an mich das letzte Mal so einem Maschinengewerb geschossen hat erkundet die Gegend schade dass die Fesseln im Fenster riesen Explosionsradius haben vielleicht manchmal ein bisschen schade hierher zurück ich schmeiß jetzt den scheiß Molotow-Koktel nebenbei hier nicht das ist nach Leuten zu verbrennen aber manchmal wenn die so brav sind klettern alle und hier ist mal und die heilen das was uns zu lieben 15 kann es sie sind ich mich schließen nach soll jetzt ausschauen heute steht auch vor Ort kommentar ich habe mir das Auto im Auge Verdammt, das Auto wieder weg ich könnte zurück in eine neue holen ich mache das wie ihr bei mir ich werde ich werde Ich bin der Fall, ich bin der Fall. ich bin da und verstecken Oh wenn er stehen bleibt heißt es immer das ein der aussteigen jetzt wieder gesehen verschwinden schnell freiheitskämpfer ihr wisst ja ich habe kein ich habe kein nicht mehr genug charisma um neue zu wohl eliminiert sie vernichte den feind Siehst du jemanden? Neugruppieren, wir alle! Los jetzt! Gut gemacht, meine Freunde und Kameraden. Da müssen wir ein paar Molotow-Cocktails ein. Ihr bezieht mich jetzt draußen am Eingang Stellung meiner und meinen Mädchen, Männer und Frauen. Ich hoffe, dass die sich nicht zu weit reinschleichen. Dass ich mich jetzt in Ruhe, wie lange da oben reinschleichen kann. Und ja. Dann haben wir es auch bald schon geschafft. Das ist die Lage aus. Nach dem zweiten kommt die Flagge und dann zum Endlich durch. Scheiß Mission. Wetten, dass die nächste Mission viel mehr Todesopfer fordert. Guck da drüben nach! Guck da drüben nach! Und jetzt töten wir jetzt mal so viele. Da war es jetzt zu viele möglich. Einfach alle. Wachst du schon? 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 Einfach noch mal! Im Dr. Gebiet scheint Feinfall zu voll zu sein, aber auch sicher sein kann man sich selten wissen. Berichtet über jede Aktivität! Mit keinohr am Buden! ..Wir haben gewактер Country! Wir werden beschossen, wir müssen sie einfach continuer hier ist er da oben steht er noch da steht da da vorguckst der Schausschütze im Prinzip sind für Freunde aber nur im Prinzip Rückzug kommt schon schnappt sie euch bitte nimm's leicht und jetzt gehen wir hier hoch wenigstens haben wir diesmal geschafft ich weiß nicht gut gemacht Männer und Mädchen und wir hissen einfach mal die Flagge und wir gehen jetzt in die Bernd Basis und ich verabschiede mich für diese Folge wir sehen uns dann in der nächsten Folge bis dahin haltet die Urn steif und ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge tschüss tschüss tschüss